Bonn. Mit mehrfacher Mehrheit ist heute im Deutschen Bundestag das sogenannte 624-Mark-Gesetz verabschiedet worden. Das neue Gesetz ermöglicht es allen Arbeitnehmern über sogenannte vermögenswirksame Leistungen innerhalb von 624 Jahren Vermögensmillionär zu werden. Wie aus noch besser unterrichteten Kreisen verlautbart, will die Bundesregierung alles in ihren Kräften stehende unternehmen, um noch in dieser Legislaturperiode die durchschnittliche Lebenserwartung des Bundesbürgers um zweieinhalb Tage zu verlängern.